Musik Hoi! Hi! Schauen wir, was ich bekommen habe. Das neue Häfter von Eskatron. Das ist super schön mit dem Strick. Und die Schadracke. Also die ist zwar ein bisschen älter, aber passt super gut zum Wetter. Deswegen benutze ich die auch nur im Dezember und Januar oder so. Und die neue Reithose von Picard. Die ist doch super schön, oder? Was hast du so bekommen? Also ich habe so eine blaue Schadracke bekommen. Ach so, aus der Eskatron Herbst-Winter-Kollektion? Nee, irgend so eine Non-Ams-Schadracke. Ach so. Boah, es ist so kalt dieses Jahr. Guck dir mal dieses Wetter an. Und ich war schon dreimal krank. Und ich glaube, ich werde schon wieder krank. Also so kalt finde ich es eigentlich gar nicht. Also so 8 Grad ist doch voll okay. Sei froh, dass wir keine Minusgrade haben. Also mir ist trotzdem kalt. Obwohl ich zwei Schals umhabe. Meine dicke Jacke. Meine Weste. Dann noch eine Sweatshirt-Jacke. Mein Pullover. Da drunter noch ein Poloshirt. Und dann noch ein Top. Und mir ist trotzdem noch kalt. Und meinen Tee habe ich auch noch dabei. Oh je, aber du hast auch noch ein Stirnband um. Oh ja, mein Stirnband. Und dann habe ich noch meine Thermoreithose an. Und darunter noch eine Strumpfhose. Und dann noch meine dicken Reitsocken. Und meine dicken Schuhe. Und mir ist trotzdem noch kalt. It's not the first time. Boah, es ist so kalt und so früh dunkel. Ja, meine Hände frieren schon richtig. Und die Füße. Ja, beim Abstand. Ja, das tut so heftig weh. Aber es gibt ja Handschuhe. Und erst dann kann man da so Einwege zurückkaufen. Die wehren sich von sehr laut. Ja, so ein wenig Geld kauft man hier im Winter. Ja, da muss man halt was ansparen. Ja, weil ich bin ja Weihnachtsrichter gekommen. Weil Weihnachten ist ja auch noch. Ja, eben. Ey, das ist Weihnachten. Und dann will jeder Geschenke haben. Das ist so furchtbar. Ehrlich. Ich weiß nicht, warum wir das machen. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ehrlich. Wir könnten so schönen Sommer haben. Aber was haben wir im Winter? Regen, Schnee, Scheiße. Aber Schnee ist schön. Da kann man natürlich wiederholen. Ja, aber wir haben ja auch einen Schneematsch. Und dann willst du auch noch zum Steil fahren. Und dann kommst du glatt. Ja. Oder zu. Und dann kommst du fünf Stunden zu spät. Ey, und dann ist es wieder dunkel. Du kannst nicht ausreiten gehen. Ja, eben. Das ist richtig kacke. Und du hast 100 Millionen Schichten, dann kannst du dich nicht mehr bewegen. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Und wenn dein Kerl dann auch noch Eisen hat, dann kannst du das mit dem Ausreiter eh vergessen. Ja, dann kannst du das mit dem Ausreiter eh vergessen. Bis zum nächsten Frühjahr. Ja. Und dann sind sie im Gelände wieder so doof. Ja. Weil die beiden ja halbesteins draußen. Eben. Ja. Also ich finde den Winter richtig scheiße. Boah, ich weiß nun gar nicht, was ich meinen Freunden zu Weihnachten schenken soll. Und dann auch noch meiner Familie. Das ist immer so eine schwere Entscheidung. Man weiß nie, was du willst zu Weihnachten machen. Guck mal, Leute. Diese Handyhülle ist ja nicht süß. Die ist voll weihnachtlich. Und der kleine Becher hier mit dem Rudolf. Ach, total süß. Und wir haben mega auf Weihnachten gemacht. Geschenke shoppen und einpacken und den Weihnachtsbaum schrücken. Und mein Pony hat sogar schon diese ganze Weihnachtsausrüstung mit so kleinen Elchöhrchen und so. Oder diesen Elchbeweihen. Und ich freue mich einfach so heftig auf Weihnachten. Ihr euch auch? Nee? Wir können ein Weihnachtslied singen. Komm, wir sehen ein Weihnachtslied. O Tannebaum? Ja? O Tannebaum, o Tannebaum, wie grün sind deine Blätter. Jawohl! Boah, mir ist so warm. Es sind 8 Grad. Und die Sonne scheint. Ich ziehe jetzt mal meine Erklauen. Das geht gar nicht, ey. Nee. Ist ja nicht ein bisschen kalt? Nee. War nicht so gut. So, also wir gehen jetzt nicht ausreiten. Und dann kannst du ja vielleicht ein paar Videos und ein paar Bilder machen. Doch, nicht bei den Wettern. Lass uns den anderen mal machen. Nein, wir gehen jetzt ausreiten. Wir sind jetzt gerade hier und wir gehen jetzt nicht ausreiten. Dann reit doch einen der Halle. Nee, das ist aber nicht so schön. Das ist aber besser als bei den kalten Wässern. Nee, aber draußen ist ja schöner. Mach was du willst, aber ich bleib hier. Ich gehe jetzt nicht nach draußen. Ja, dann gehe ich alleine ausreiten. Okay. Mach das. Kind, sag mal, wirst du nicht, du hast keine Jacke an. Du hast nichts aufgekauft. Du hast keine Handschuhe an und keinen Schal um. Und du hast immer noch keine warme Schuhe an. Mir ist so kalt. Und dann ist mein Pferd im Winter auch noch so richtig blöd. Die geht so richtig am. Reitest du vielleicht bei der Probe mit für die Weihnachtsgabrielle? Ja, sicher. Immer doch. Schön. Welche Probe? Ja. Ist doch heute gar nicht, oder? Ich habe heute gar keine Zeit. Ich werde gleich abholen. Schlecht, weil du wolltest noch mitreiten. Das ist doch die Generalprobe. Oh. Übermorgen ist Weihnachten. Ups. Okay, wie kann man so vercheckt sein? Weißt du, wie voll die Halle ist? Nee, keine Ahnung. Ich war noch nicht da. Wieso? Ja, ich muss doch immer ablongieren im Winter, weil mein Pferd so abgeht. Ach so, ja, ich weiß es nicht. Ja, dann schaue ich einfach mal. Sonst longiere ich aber trotzdem ab. Danke. Wolling, warning, come and get me. You're all in, all in, in with me. Wolling, warning, come and I'll be. Wolling, warning, come and get me.